Wir fahren, oder? Ich brauche Hilfe! Keine Sorge! Du links und nach vorn! Du rückwärts und rechts! Du links, dann rechts und nochmal leicht links! Du weiter wie gehabt! Ich liebe es! Und willkommen zurück zu Lego-Sternaka! Geil, auseinandergegst damit? Nein! Du bist mein Name! Entschuldigen Sie, Ma'am! Aber ich brauche Ihren Wagen! Was geht mit der Art? Nein! Nein, danke! Ja, genau! Mr. Smith, oder was? Und tschüss! Oh! Ich dachte schon! Mein Wagen ist schrott! Hat es nicht gereicht, mein Leben zu zerstören? Du hast dich kein bisschen verändert! Lass das Süßholz geraspeln! Deinem wegen musste ich meine Identität aufgeben! Sogar meine Haarfarbe musste ich ändern! Du warst damals nicht blond! Und du... Oh! Ich geh jetzt noch zu Dad! Absiede mich! Und dann verlasse ich Lego City! Sehe ich dich wieder? Nein! Haare umgestöpselt eher, oder? Haare... Haare färben... Du witz sein! Na, der Balken City Undercover! Du witzig! Du witzig! Du witzig! Von hier! Du witzig! Du witzig! Du witzig! Du witzig! Du witzig! dass du jetzt mal hier läst. Dankeschön. Ich habe einfach eine Minute in dran, dann passt schon. Jetzt ab. Ja. Was ist denn mit der Straßensperre passiert, Chase? Oh, ein Wagen gerät außer Kontrolle. Keine Sorge, hab mich drum gekümmert. Okay. Aber ich brauche einen neuen Wagen. Meinen habe ich, ähm, verloren. Krass, wie groß. Eigentlich war das nicht mal meiner. Keine Sorge, bei Frank sind es im Schnitt zwei pro Woche. Beim Imbiss nördlich von dir befindet sich eine Fahrzeugrufsäule. Ist aber schon länger außer Betrieb. Und ich soll sie jetzt reparieren. Bist ein schlaues Kerlchen, Chase. Errichtet die... Was? Errichtet die Rufsäule am Fort Meadows-Imbiss. Ich fühle mich nicht lange. Habt ihr das gesehen? Richtig riesig. Für ein Lego-Spiel. Können wir wirklich Lego City nennen. Krass. Aber vom Stil her sieht es ein bisschen so aus wie, ähm, ja, Simpsons Hit and Run. Bis doch wisst ihr, wie das Spiel damals war. Könnt ihr es googeln. War auch ganz nett. So. Weil Grafiker nicht besser ist das hier, aber ja. So. So. Oh, an der Tankstelle macht es gut. Willkommen bei der Hitler-Web-Taxel. Je-ha. Ich bin's. Was ist denn der hier? Äh, hallo. Ich suche diese alte Rufsäule. Kennen Sie die? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Siehle nur die Zapfsäulen an. Alle zerstört. Und ohne Zapfsäulen keine Kundschaft. Aber dank unserer berühmten Eier-Pastete ist das Gegenteil auch nicht wahr. Reparierst du die Zapfsäulen? Soll es dein Schaden nicht sein? Äh, Eier-Pastete. Eier-Pastete. Okay. Hm. Nett. Hei, Zumpi. Nein. Jetzt hat man den Ball flach. Jetzt baust du wieder auf. Passt schon. Ich kann die Teile auch verschieben. Gut. Super. Richtig amor. Eine Katastrophe. Jetzt sei doch mal ruhig. Mann, 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 Mann. Das ist ja ein Arbeitgeber. Ich habe dafür bezahlt. Soll ich... Großartig. Der Himmiss ist gerettet. Was möchtest du? Eiscreme? Ein Hotdog? Eine Eiscreme Hotdog? Ja, von denen habe ich noch jede Menge. Oh, ich weiß. Ich gebe dir diesen Superstein. Der hilft dir beim Reparieren der Rufsäule. Supersteine. Und irgendwo hier müsste noch ein anderer Superstein sein. Einen Superstein. Was macht der? Was sind die Steine für die Rufsäule? Ach, man muss Sachen dann zusammenbauen, ja. Okay. Hier muss noch einer sein. Mal hier. Ja, schauen wir mal, was es hier so weit gibt. Hier drin. Ja, Superstein. Superstein. Ach, man kriegt einfach ein Tausend-Sahnen-Stein dazu. Okay. Okay. Mhm. Mhm. Hallo. Das hat er echt geil gemacht. Richtig stimmig. Schauen wir uns, ob es mein Lieblings-Nego-Titel wird. Das weiß ich noch nicht. Das ist echt cool. Adego Herr der Ringe, Star Wars sind echt halt schon krasse Spiele. Das ist krass. Das ist einfach. Gut umgesetzt. Witzig. Nein, der hat auch verspringen. Verfluten. Okay. Schufe 1, Baunerei. Freigeschaltet. Super. Also die Feuerwehr. Du. Neune Steine. 1 und 450. Ah, hier kann ich mein Wagen also rufen. Du kannst dich von hier aus Fahrzeuge anfordern, die du in Lego City verwenden kannst. Okay. Notfall. Ah, Motorrad kann man auch noch freistellen. Was sind da alles? Truppentransporter. Das Wortwagen. Nehmen wir den hier. Das kann ich Ihnen eine Farbe geben. Ihr werdet es gleich sehen. Was soll man geben? Blau. Hm. Blau das Joke-Mobil. Da kommt es. Das Joke-Mobil. Ein weiteres Verbrechen ist im Gange. Auf dem Lego City Funkhaus haben sich Verbrecher verschwunden. Und unsere Leute kommen nicht rauf zu Ihnen. Ich kann nicht fliegen. Das ist dir doch klar, oder? Äh, ja. Aber mein Onkel Joke ist der Sheriff vom Bluebell Nationalpark. Er hat ein paar der alten Wurfhaken-Kanonen. Die könnten sich als nützlich erweisen. Und zu Unfällen führen. Und zu Kanonen führen. Deshalb benutzen wir sie nicht mehr. Weißt du noch? Na, wenn dir das natürlich zu riskant ist? Okay. Ist das natürlich nicht. Super. Ich sag Onkel Joke, dass du unterwegs bist. Also das hier soll ein Nationalpark sein. Gut. Und auf, auf, und fort. Und hier geht's im painsen. Ah... If ich will... Okay, wo sind die hin? Interwegs. Oder hat einer... ...ein Wohnmobil mit? Ops. Scheiße, sorry. Fack. Ja, das ist ne Burg. Wie geil. Cool. Hier kann man auch was bauen. Du hast einen Superbau entdeckt. Ja, ich hab zu wenig Steine. Vielleicht nichts. Das Ding hat Nitro, dann machen wir das mal rein, oder? Ich kann mal wieder was suchen. Mal aufsteigen. So, abdrücken. Hm. Meine Spinnen. Verdächtig. Gagged bist verdächtig. Ah, okay. Ah, jetzt brauche ich wieder irgendeine Ausrüstung. Cool, hätte ich jetzt auch diese. Ah, dort hinten. Gut, dann fahren wir gleich nach links. So, drücksetzen. Genau, unten. Los geht's. Rein hier. Biedel... Ein Eichirnchen. Äh, Sir. Mein Name ist Chase. Harry hatte mich angekündigt? Ja, das hat sie. Freut mich, Chase. Und Staudern. Hugh Cuttleberry ist der Name. Und ich weiß alles über dich. Verzeih meine Offenheit. Aber du weißt von deinem Fehler. Aber du weißt von deinem Fehler. Dich aber deswegen gleich zu versetzen, fand ich ein bisschen heftig. Vor allem, da du den Zeugen zum Reden gebracht hast. Ja, es reitet ein Tisch. Ja, ich habe in der Zwischenzeit dazugelernt. So was dummes passiert mir nicht nochmal. Alles okay? Ja, alles okay. Hey, haben Sie zufällig eine Wurfhakenkanone? Klar habe ich die. Ne Wurfhakenkanone. Entschuldigen. 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 Hä? Streifenbar, strau. Ungefähr so hoch groß. Ja. Was? Nein! Nichts. Ja, klar. Ich musste mal los. Ein paar Verbrecher schnappen. Klar. Viel Glück mit deinem neuen Spielzeug. Die sind gar nicht leicht zu handhaben. Ja. Glaube ich. Blaue Punkte sind so. Faktenpunkte. Okay. Cool. So. Hey Chase. Es gibt da ein Problem. Ja. Die Sache lief bisher auch viel zu glatt. Was gibt es denn? Wir haben widersprüchliche Informationen darüber, in welchem Gebäude die Räuber sind. Der Chief hat Fußstreifen auf die Suche geschickt. Aber ich denke, du findest einen besseren Weg. Begib dich auf das Dach des Burgerladens, den ich auf deiner Karte markiert habe. Und dort kann ich mit dem Scanner herausfinden, in welchem Gebäude sie sind? Korrekt. Viel Glück, Chase. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich will ein Helikopter hier rumfliegen. Das ist der Hammer. Das wäre echt der Hammer. Ich schüpfle ich ihn auf den ICO. Hey, da hinten war ein Stein. Gehe wegschlagen. Hier oben liegt auch ein Powerstein. Gehen wir da rein? Da braucht man einen Schlüssel. Ah, man kann das Haken verschießen. Ich bin ja auch wieder weg. Hm. Ich bin ja auch wieder weg. Ich bin ja auch wieder weg. Ich bin ja auch wieder weg. Und hier? Jupp, da dürfte ich Ach doch, hier So, was gibt's hier Brrrrrr Brug, Braune Okay, das war ein Leise Okay, so, jetzt rüberkomme ich gar nicht Röpfer Röpfer Und so Zurücksetzen So, weitergehen hier Nein, umdrehen So, richtig genau Wo geht's denn dahin? Ach, ich kann die Opfel Wieso fährt das Auto, der ist so bescheuert Ach, es rutscht Mh, unebene Strecke und so Traktor Weg, beiseite, Achtung Ey, da war's ja, ein Truck, wie geil Fuck Sorry, Leute Und so So, die Frau rein hier Okay, wird auch ein Zug Schlecht Ja, ich kann den Traktor anheben Jeden reifen Da war ja, wie ich auch Ein paar Tonen Ach, klar Beiseite Fuck Ja, ja, Geisterfahrer und so Nicht nachmachen Sind wir denn da? Schnelle Reise gibt's hier anscheinend nicht Was machst du denn da? Entschuldigung, Milch, Mann Hast du wohl, ich muss ja so mein Geld und so ne? Fuck, hier runter Nicht in die Arte-Range So, bin doch Burgerladen und so Ja, froh, wenn ich das mal Ciao, Leute, wie's weiter geht's Warte in der nächsten Folge Lego City Undercover Ich bin der Joke Und ja, bis zum nächsten Mal Danke und ciao Ciao, ciao Ciao Ciao